Willkommen zurück, let's play Zelda Master Quest mit dem bösen Chaos Joker und ähm... Yo! Fuck! Ich bin blöd, ich bin wirklich scha... ich bin saublöd. Ich hab eigentlich das Wichtigste übersehen. Da hätte ich nämlich auch selber drauf kommen können, anstatt mich sinnlos zu spoilern. So, wo war jetzt die fucking Tür achter drüben? Äh, ja! Denn dat wär alles viel einfacher gewesen. Wenn wir das von Anfang an vernünftig gemacht hätten. Wenn. Huch. Ups, das war nicht geplant. Ähm, jetzt will man sehen, komm ich von hier da rüber? Ja, in der Tat. So. Hier kommt nämlich das Rätsel Lösung. Einigen ist es vielleicht schon wahrscheinlich schon aufgefallen. Fackel an, Fackel aus. Fackel an, Fackel aus. Nachklingelt? Ja, genau. Ich bin nämlich blöd. So geht nämlich diese scheiß Tür auf. Äh. Ja, was soll ich euch sagen, ne? So einfach wäre es gewesen. Und ich, Idiot, bin da rumgedümpelt und hab alles versucht und gemacht und... Äh. Na ja. Egal. Vergessen wir das. Jo. Ähm. Mir ist aber auch aufgefallen, ich müsste mal zusehen, dass ich, ähm... meine Magie wieder etwas auffülle. Deswegen werde ich den Tempel nochmal ganz kurz verlassen. Weil draußen ist nämlich noch eine Fee, zu der ich jetzt kann mit dem Hammer. Und... Äh... Wenn ich das recht in Erinnerung habe, kriege ich von dieser Fee die sogenannte doppelte... Kriege ich die doppelte Magieleiste. Wäre extrem cool, wenn ich die hätte. Also wie ich das sehe, werde ich Dienstfeuer in diesem Tempel noch so oft brauchen müssen. Und da ist eine große Magieleiste doch schon wesentlich besser. Oh, das bewegt dich. Kletter dich leider schneller hoch, Junge. Äh. So. Wie gesagt, ich bin wieder... Das ist wieder so Halb-Side-Questen. Das ist wieder... Da freut sich Maulkorb-Mausi wieder. Ähm... Hier muss ich... Da. Voll daneben. Ach, Leute. Oh, ich würde das hasse, wenn ich keinen Joystick habe. Das geht mir auf den Sack. Okay. Ein bisschen ausrichten hier. Dann machen wir eben so. Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm. Hmm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm. Ja, wozu der Hammer so gut ist. Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm. What the fuck Maulkopp Mausi Schwester Wie passend, ne Ja, dafür kriege ich wieder böse E-Mails Aber es ist mir so egal Yay, rauchen Ich baue jetzt egal, du Beine armen Nerven Yo Danke, Maulkopp Mausi Schwester Supi Doppelte Magieleiste Das ist mir doch glatt mal ein Speichern wert So Soll ich jetzt Ach komm, wo ich eh schon hier draußen bin Kann ich eigentlich auch Das Herzteil holen Was hier noch ist Also wie ich das sehe, kann ich hier Jede Hilfe Muss ich hier jede Hilfe in Anspruch nehmen, die ich kriegen kann Weil eigentlich hatte ich gedacht Hier so Feuertemple, ah, da kann man mal schnell durchrauschen Oder so, scheiße Kann ich nicht Das war ja noch viel abgefuckter als der Waldtemple Tadaa Und ein Herzcontainer mehr Wunder Prestige Wenn wir sehen Kann ich wieder zurück Oder nicht Äh Packe ich den Sprung, packe ich ihn Tatsächlich Wunderbar Hätte ich jetzt vom Todesberg aus wieder nach Goronia zurückkehren müssen Das hätte etwas länger gedauert Wollte ich nicht Die Folge dauert schon Die Folge Oder was ist die Folge Der Level dauert schon lang genug Also beziehungsweise Ja, was heißt lang genug Ich hätte mich ja wieder zurück warpen können Das hätte das Dafür habe ich ja glücklicherweise die Warp Melodie Genau für solche Fälle Huch Auf so zu schreien Die Kinder schlafen So Da sind wir wieder Ohne Größe umschweife Machen wir auch direkt weiter Der Weg ist frei Okay Okay, hier das kenne ich noch Runterrutschen Und da oben War immer so ein Dings So ein So ein Block Muss man hier hochklettern Hier rüber Oh Der Block steht schon drauf Wie geil ist das denn Hm Okay, gut Ich würde sagen Dann müssen wir Die Flammen da unten gefallen mir nicht Fuck Ich wusste es genau Ihr Arschreigen Das ist gemein Jetzt muss ich warten Bis der Block jedes Mal hochfliegt Na gut Marginal war es so Man musste den Block erst drauf schieben So Freundchen Ha Was ein Timing Sehr schön Sehr schön Sehr schön Sehr schön So Dann sind wir nun hier angekommen In diesem Raum Ähm Ja Wollte ich einfach mal gucken Was es hier Schönes gibt Da Habe ich Was auch immer das sein soll Mal draufhauen Na Sieht mir sehr nach einer Fackel aus Oder sowas Ja Ich das hasse Schon wieder fackeln Also ich denke Bevor ich jetzt hier irgendwas mache Schaue ich mich erstmal Gründlichst um Mhm Ich sehe Hier komme ich nicht hoch Da hat es sich auch schon erledigt Mit dem Umschauen Wo ist mein Feuersturm Da ist er Einmal lichten Bitte Die Fackel Brennt Ah ja Okay Das hilft Das hilft Okay Jetzt kann ich hier draufsteigen Und da hoch Hier hoch Und What the fuck Du schon wieder Ey du Penner Arschloch Ja Ich bin stärker geworden Seit dem letzten Mal Mahaha So Dann kann ich ja auch hier hoch Wenn da jetzt so ein Ding Für den Endhaken ist Keine Ahnung Dann